Es war ein Mainplanet, mitten in einem nicht ganz so großen Sonnensystem. In irgendeiner weit entfernten Ecke dieses Planeten erwachte ein kleines Entferno. Weißt du, wie was ich fliege? Ich bin sechsmal drauf und gesucht. Ruppe. Das ist doch klar, von der Gert sich doch nur. Ich präsentiere Ihnen heute die Beschützerinnen dieses Planeten. Unsere fantastischen Rückschlagwaffen Kupferhau. Denn wenn Sie willst, Sie haben Kupferkampf. Unsere Heldinnen haben gemerkt, sie sind nicht unbesiegbar, wenn sie nicht wissen, wie für es sich zu leben lohnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Bis zum nächsten Mal.